Wir sind hier im Kindergarten auf Sansibar, wo wir Freiwillige hinbringen. Dieses Jahr im Februar ist die Schule umgezogen. Wir haben das hier mit der Hilfe von verschiedenen Freiwilligen aufgebaut. Momentan haben wir drei Freiwillige hier und es ist gerade das Ende vom Jahr. Die Schule macht in einer Woche zu, aber Anfang nächsten Jahres geht es wieder los. Ich war einen Monat hier an der Schule und es hat mir mega gut gefallen. Ich würde am liebsten hierbleiben und alle Kinder mitnehmen. Das ist die Svenja und ich bin die Leonie und wir sind jetzt seit sieben Wochen zusammen hier im Kindergarten. Wir beginnen den Tag ganz entspannt mit einer Tasse Tee und dann kochen wir für die ganzen 150 bis 200 Kinder zusammen Porent. Die Kinder lieben das Klatschspiel zu spielen oder zu singen. Man kann auch super in der Musikbox mitnehmen und die tanzen total gerne. Es ist total cool und es macht total viel Spaß.